Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 46 unseres Let's Plays Staffel 2 Kajas Leben im Schäferwagen. Und ihr seht hier die liebe Kaja, die steht vor ihrem, ja Bonsai, ne ist das ein Bonsai, ich weiß es nicht, Strauch, jedenfalls den sie beschneiden kann. Und da unten haben wir ein kleines Häschen. Ja, in der letzten Folge ist nicht so viel passiert, da haben die beiden Mädels entweder Hausaufgaben gemacht oder gespielt, also Kreativfähigkeit entwickelt. Ja, und so langsam sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Kaja legen, dass die ihr Bestreben noch, ne ihr Bestreben hat sie erfüllt, aber die Angelfähigkeit braucht sie, glaube ich, noch genau und ihre Pflanzen muss sie noch sammeln. Das müssen wir im Auge behalten und wir spielen ja mit unserem Rico weiter und in dieser Folge erfahrt ihr, in welche Richtung das so ein bisschen mit ihm geht und um den kümmern wir uns auch. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei, nach dem Intro geht's los. Ja, Rico hat seine Hausaufgaben gemacht, fertig gemacht und sie beschneidet hier gerade den Bonsai, sie ist total kokett und Tango für zwei, der kriegt eine kokette Form und unsere Kinder brauchen Hilfe. Der Zauber von Geschichten, würdest du sagen, dass Annalena Geschichten mag, ja klar. Ja, und wir sehen aber, hier ist auch Unkraut, tu mal deinen Garten pflegen, mach das mal bitte. Oh, da drin hat sie auch einiges zu tun. Ja, mach das mal und wir gucken mal zu unserem Quentin. Unser Quentin sitzt mit den Kindern hier am Esstisch, er hat gekocht und die essen zu Abend. Die Annalena macht jetzt Hausaufgaben, genau und wir gucken mal, ob unsere Annabelle ihre Hausaufgaben erledigt hat. Sie hat auf jeden Fall Hunger und sie mag keine Hausaufgaben machen, aber sie kann sich mal ein Gericht nehmen. Und da sitzt unser Rico. Rico hat die Hausaufgaben fertig. Ihm geht's eigentlich ganz gut. Ja, aber die müssen dann auch ins Bett, denn es ist jetzt schon 20.35 Uhr. Ja, der soll sich noch so kümmern und seine Hausaufgaben fertig machen. Ja, gut. Quentin, wie sieht's bei dir aus? Du musst, also er muss auf die Arbeit, Logikfähigkeit 5 hat er erreicht und er braucht wieder Umweltbewusstsein bei anderen Sims verbreiten. Kannst du das bei deinem Sohn machen? Oje, hast du da Mist gemacht? Wo ist das? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal später gucken. Annalena hat die Hausaufgaben fertig und aber hier muss repariert werden. Mach du das mal bitte. So, und das stellen wir in den Kühlschrank. Dann schauen wir nochmal, ob unsere Kaya sich im Garten vergnügt. Jawohl, sie kümmert sich. Und hier können wir eine Pflanze weiterentwickeln. Das ist auch sehr gut. Ja, sie hat hier noch einiges zu tun. Und sie könnte befördert werden, hier florale Organisatorin. Ist aber nicht notwendig für ihre Sache. Ne, Blumenbindefähigkeit fehlt noch. Aber vielleicht schaffen wir das. Angst, minderwertig zu sein, Annabelle gelingt gar nichts. Wie soll sie es im Leben schaffen, wenn alle anderen es besser machen? Ach du liebe Zeit, die Arme. Naja. So, also Kaya ist auch müde. Hast du das jetzt hier fertig? Sag mal, du machst immer wieder dasselbe. Ich glaube, die muss ich nochmal zurücksetzen hier. Weil irgendwas stimmt hier nicht. So, kannst du hier das machen? Ich will keinen Samen kaufen. Ich will hier, dass du das Unkraut weg machst. Garten pflegen. Oder ist da gar kein Unkraut? Zeigst mir das nur an. Das muss ich jetzt mal hier im Auge behalten. Wieso geht das Unkraut nicht weg? Bereich jeden. Jetzt macht sie das schon wieder so komisch. Und Quentin kommt zu ihr. Und gießt mit. Ach schön. So, jetzt hat sie da den Bereich gejätet. Und jetzt klappt das hier auch? Oder ist es diese Stelle, die da nicht funktioniert? Sehr komisch. Quentin, kannst du dann bei ihr vielleicht mal Umweltbewusstsein verbreiten? Freundlich. Wo ist denn das? Tiefgründige Gedanken, glaube ich. Oder? Nein. Interessen. Umweltbewusstsein verbreiten. Also das müssen wir uns merken. Das ist bei Interessen. So. Das lassen wir jetzt, wenn das da nicht klappt, hier mit. Doch er kann jeden. Und kann sie jetzt auch jeden? Ja. Dann soll sie das mal noch machen. Und dann kann sie dann auch ins Bett gehen. So. So, unsere Kinder sitzen hier. Wieso hat er das nicht repariert? Also irgendwie wollt ihr mich doch wieder veräppeln, oder? So. Und wo ist unser Rico? Rico ist schon ins Bett gegangen. In den Wohnwagen. Wir hatten ja gesagt auch, dass wir in unserem Keller. Da gehen wir gleich mal runter noch. Hier Zimmer für die Mädels einrichten wollten. Das wollten wir auch noch. Ja gut. Okay. Dann haben wir noch einiges zu tun in dieser Folge. Ja. Aber dann würde ich sagen, es ist 23.50 Uhr. Ich schaffe die Mannschaft ins Bett. Dann würde ich sagen, hole ich euch zurück, wenn der nächste Tag beginnt. Rico ist verängstigt, weil wir wieder Monster haben. Na super. Obwohl ich eine Monsterlampe habe. Okay. Quentin hat es jetzt geschafft. Also bis gleich. Guten Morgen. Unsere Annabelle ist aufgewacht und sie muss duschen. Das macht sie auch gleich. Ja, das hat sie schon selber eingeloggt. Wir hatten eine ziemlich fürchterliche Nacht, denn unsere Monsterlampe da, die war ausgeschaltet und wir hatten Monster im Bett. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum das so ist. Aber, tja, es ist halt so. Gut, wir haben 6.26 Uhr. Es ist Freitag. Und ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz ins Baumenü. Ganz kurz mal schauen, wie lange das dauert. Auf jeden Fall drücke ich mal Stopp. Und ich gehe ins Baumenü und richte mal da unten die Zimmer für die Mädels her, damit wir da auch vernünftig dann spielen können. Und ich hole euch zurück, wenn ich damit fertig bin. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Ich bin fertig. Ich habe noch nicht sehr viel eingerichtet, aber auf jeden Fall haben beide Mädels ein Bett, ein Schreibtisch und einen Stuhl und Nachttischen und ein kleines, ja, ein Läufer noch. Auf der einen Seite in grün, auf der anderen Seite in pink. Und da werden wir gleich mal noch die Betten zuweisen. Ja, für den Rico, das machen wir dann später. Und wir können, ihr seht, wir haben noch viel Platz, wir können dann für die Kinder, je nachdem, was die so für Interessen entwickeln, da noch ganz schön was reinpacken. Auch noch ein bisschen Deko, das mache ich dann aber nicht während ich aufnehme, sondern mal an einem anderen Tag. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Nochmal so sieht es aus. Hier habe ich noch einen Bogen reingemacht, für die, dass wir hier in diese Spiele, ja, in diesen Spielebereich kommt. Ja, gut, dann sind wir fertig. Dann können wir wieder hochgehen. Nee, wir wollten ja Betten zuweisen, genau. Auf jeden Fall drücke ich erst mal Play. Unsere Annabelle, die ist ja eigentlich rot. Hm, die hat so rote Sachen und so weiter und sie hat so mehr Rosa. Also ich würde sagen, dann würde ich sie auch da ins Bettchen stecken, also das Bett zuweisen. Okay, also Bett zuweisen und zwar der Annalena und hier Bett zuweisen und ich habe Monsterlampen vergessen. Das mache ich dann aber später und hier die Annabelle. Okay, gut, das haben wir. Die Kinder müssen in einer Stunde in die Schule. Wer kommt hier raus gestopft? Du bist du schon fertig? Ja, sie ist fertig, sie ist wütend, warum auch immer, schwelende Wut, keine Ahnung, jetzt ist es wieder weg und sie versucht sich zu beruhigen. Die Mama ist jetzt auch aufgestanden, Kaya muss auf Toilette, das tut sie auch. Und jetzt ist unsere Annalena auch wach, die geht auf Toilette. Wie sieht es da aus? Ja, und sie hat Hunger, aber die kann in der Schule auch essen. Das ist auch nicht so dramatisch. Und unser Rico, wer ruft hier an? Er muss zur Arbeit. Natürlich geht er zur Arbeit. Diese Sachen machen wir nicht mehr, dass er nicht zur Arbeit geht und wir dann irgendwelche komischen Dinge noch erledigen müssen, die wir fast gar nicht schaffen. Rico, wie sieht es bei dir aus? Du musst auf jeden Fall noch duschen, bevor du in die Schule gehst. Deswegen solltest du mal aufstehen. Die Dusche ist gerade frei. Geh mal duschen. So, und ich schaue nochmal schnell, ob die Betten zugewiesen sind. Und jawohl, super. Den Wagen für den Rico richte ich dann später noch um. Also baue den ein bisschen um. Ey, Kaya, was machst denn du da? Bist du verrückt? Jetzt räume das mal wieder auf. Sie geht auch auf die Arbeit, aber du räumst das auf. Und das wirfst du weg. Und bevor sie auf die Arbeit geht, kann sie mal hier alles verkaufen. Ah, ich glaube, wir konnten Mega-Verkauf auch machen. Ja, sollte mal Mega-Verkauf machen. So, unser Rico, der duscht noch und die anderen Kinder sind in der Schule und der Papa ist auf der Arbeit. Rico, du müsstest dich beeilen. Schnell, schnell, schnell. So, er hat es geschafft. Rico, schnell in die Schule. Auf die Arbeit hätte ich beinahe gesagt. Husch, husch. Jetzt geht er. Sehr gut. Okay, wieso haben wir... Ach so, weil die gerade erntet hier. Genau. Gut, kannst du hier mal noch den Bereich jeten? Sie ist so wütend. Äh, Rico, was ist denn los? Jetzt, ja. Ich dachte, er wollte nicht in die Schule gehen. Macht er aber so. Ah, sie muss erst zur Arbeit gehen. Okay. Gut, dann geh auf die Arbeit. Ja, dann sehen wir uns, sobald irgendjemand wieder da ist. Nein, wir sehen uns schon eher. Eine Deadline am Horizont. Und Kaya kann einen nahenden Abgabetermin nicht einhalten und muss eine Lösung finden. Was soll sie tun? Im Abstellraum verstecken. Ob das was bringt? Um Hilfe bitten. Unsere Artikel sind abgelaufen. Und Clark ruft an. Hallo, wir sind auf der Arbeit. Hey, Kaya, ich finde Laura, hajo, echt süß. Soll ich sie um ein Dead bitten? Ja, wenn du meinst. Ich denke, du könntest es wagen. Kaya, danke, dass du mir vorgeschlagen hast, mit Jenny Williams abzuhängen. Wir hatten eine fantastische Zeit. Jetzt hast du jemand anders genommen. Der kann sich auch nicht entscheiden, der Kerl. Das lag also nicht an uns. So, unsere Kinder sind aus der Schule zurück. Annabelle hat hart gearbeitet und ist jetzt Zweier-Oberschülerin. Annalena hat die Unterrichtswoche beendet und das Wochenende wäre gut geeignet, um irgendetwas nachzuholen. Und Rico, er hat sich gut geschlagen, könnte aber trotzdem noch besser werden. Okay, wir gucken mal unseren Rico an. Denn mit dem Rico, was machst du hier? Er spielt hier und tut seine Fantasiefähigkeit erhöhen. Und wir haben ja Pläne mit ihm. Mit ihm wollen wir ja weiterspielen. Und er möchte aber nicht hier auf dem Hof leben. Mach mal bitte besser Hausaufgaben. Er möchte hier nicht auf dem Hof leben, sondern er möchte wirklich richtig, richtig gut in der Schule sein. Deswegen soll er auch Hausaufgaben machen. Und dann soll er sein Schulprojekt erledigen, wenn er die Hausaufgaben gemacht hat. Denn er soll da wirklich arbeiten. Wir gucken mal, er ist Zweierschüler und kann dann am Montag zum Einzelschüler werden. Das ist super. Und wir wollen auch sein Bestreben erfüllen. Senkrechtstatter, wir müssen da noch zwei Stunden mit Erwachsenen lesen. Quentin ist zurück und kann er mit ihm lesen? Kann er ihm vorlesen oder sowas? Auf jeden Fall erst mal bei Hausaufgaben helfen. Und dann schaue ich mal, ob die miteinander lesen können. Ne, nur Geschichte erzählen und kann er dann hier, das erste Einhorn, das kann er nur alleine lesen. Warum kann er ihm nicht vorlesen? Ich verstehe das nicht. Ging denn das nochmal? Wenn ich das von Ricos Seite aus mache? Hm. Quentin hat Level 7 der Erziehungsfähigkeit erreicht. Das ist super. Jetzt was muss ich hier machen? Mit einem Erwachsenen lesen. Wähle einen Erwachsenen sim. Klicke auf ein Buch und wähle Kind vorlesen. In der Gegenwart eines Kindes. Das Kind ist da. Müssen wir dann das Buch rausnehmen? Ah ja, wahrscheinlich hier. Ist hier kalt? So, das erste Einhorn. Das war jetzt falsch. Quentin brauchen wir. Eine ausgeglichene Mahlzeit. Dreck zu essen ist wirklich ungesund, ja. So, jetzt nochmal öffnen. Kaya ist schon wieder ausgebrannt. Oje, oje. Ein Burnout. Und wenn sie nicht auf die Arbeit gehen kann, dann ist das blöd. Kind vorlesen. Hier haben wir es. Und zwar dem Ricos. So, dann macht ihr beide das. Er war gleich auf Toilette. Und dann können wir mal nach unserer Kaya schauen, die schon wieder ausgebrannt ist. Oje, oje. Dann kannst du hier wahrscheinlich doch den Bereich kannst du noch jeden. Gartenarbeit ist ja entspannend eigentlich. So, ihr müsst natürlich auch hier im letzten Winter so halb begleitet lesen. Na super. Aber vielleicht schaffen wir ja dann wenigstens ein Stück, ein Meilenstein unseres Ricos. Der fühlt sich zwar unwohl. Habt ihr jetzt aufgehört mitlesen? Nein. Lest mal weiter, ihr zwei. Genau. So, und unsere Mädels essen. Annalena, du bist schon im Bett. Oje, und die haben hier unsere Waschbecken kaputt gemacht. Wieso bist denn du eigentlich schon im Bett? Ja, sie ist schon müde. Naja, gut. Dann soll sie schlafen gehen. Wobei du eigentlich aber erst noch mal schnell aufstinkst. Ach, sie macht ein Nickerchen. Ne, weißt du was? Geh mal hier auf Toilette. Dann machst du mal noch deine Hausaufgaben. Dann kannst du schlafen gehen. Genau so. Und unsere Annabelle. Unerwünschtes Geschenk. Das Geschenk war für dich gedacht. Sei dankbar. Ne, das kannst du ja nicht machen. So, Gefühl erhalten. Du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Das ist ja schön. Die zwei verstehen sich. So, dann haben wir hier unsere Annalena. Unsere Annalena, die habe ich gerade bearbeitet. Und jetzt haben wir hier unsere Annabelle. Was brauchst denn du noch? Du musst auch Hausaufgaben machen erst mal. Und dann kannst du auch schlafen gehen. So, und Quentin hat aufgehört zu lesen. Das finde ich nicht in Ordnung. Rico. Gut, das können wir am Wochenende machen. Aber vielleicht, ähm, Quentin, du müsstest mal hier reparieren. Und vielleicht kann ja die Mama was vorlesen. Und zwar dem Rico. Schafft mal vielleicht. Das wäre toll. So, die Mädels, die machen ihr Ding da unten. Und, ach schön, die sitzen jetzt hier. Und da liest die Mama vor. Das ist gut. Und jetzt muss der Rico auch nicht mehr so frieren. So ganz scheint ihm das nicht zu gefallen. Und wir müssen unbedingt im Schäferwagen dann ein bisschen was Wärme reinmachen. So, bist du schon wieder fertig mit Vorlesen? Das sind aber keine zwei Stunden. Hallo? Geh mal schnell auf Toilette. Rico, was ist denn mit dir? Du musst auch auf Toilette gehen. Gut. Dann geh mal dann und dann soll die Mama dir doch noch mal vorlesen. Oder der Papa. Ne, der Papa muss gerade was essen. So, Rico, dann kannst du mal hier auf Toilette gehen. Und der Papa muss wieder einen Haushalt machen. Wegwerfen. Aufwischen. Kaya, und du bleibst hier? Ne, hilf ihr mal nicht bei den Hausaufgaben. Lies mal bitte dem Rico was vor. So, so, Annalena hat jetzt die Hausaufgaben fertig. Siehst du, Kaya, die hat das ganz alleine geschafft. Wollt ihr nicht reingehen zum Vorlesen? Rico, was machst denn du? Ne, komm mal hier hoch, komm. Hier sitzen. Genau, hör dir die Geschichte an. Und Annabelle ist auch fertig. Die Mädels gehen nämlich jetzt schon ins Bett. Und definitiv guckst du kein Fernsehen. Du hörst dir jetzt die Geschichte an. So, genau so ist es. Wieso bist du unwohl? Hier ist doch sauber. So, das tun wir mal noch im Kühlschrank packen. Ne, hier ist nicht sauber, Quentin. Wir müssen hier schuften. Muskelschmalz verwenden. Und er klatscht und freut sich, dass die beiden so schön vorlesen. Na schön. Gut, sieht es hier, wie sieht es hier aus? Müssen wir hier auch was putzen? Nein. Und da auch. Super. Die Kloschüssel ist auch in Ordnung. Und die Dusche ist auch in Ordnung. So, Kaya hat schon wieder die Nase voll. Und Rico, was machst du? Du gehst ins Bett. Ne, komm mal hierher. Ich möchte das jetzt gerne noch schaffen, mit dem Geschichte vorlesen. Und zwar soll das jetzt dein Papa machen. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt. Wir haben nämlich Pläne mit dir, Kind. Mit dir wollen wir weiterspielen. Und du sollst ein Senkrechtstarter werden. Gut in der Schule sein. Genau, rutsch ein bisschen ran. Und dazu, eine Stunde haben wir schon geschafft. Du musst zwei Stunden lesen. Es fehlt nur noch eine. Und während die lesen, gucke ich nochmal schnell in den Kalender, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, da hat nämlich unser Rico Geburtstag. Am Freitag. Also eine Woche haben wir Zeit noch. Naja, das müssten wir ja schaffen. Hoffe ich jedenfalls. Also mit dem Papa lesen klappt, glaube ich, besser. Da dauert es ein bisschen länger. Also da bleiben die auch sitzen, die zwei. Und da freut er sich auch. Jetzt ist er krank. Stopp. Papa, du sollst ihm vorlesen. Komm, das kann doch nicht mehr so lange dauern. Lies jetzt mal mit ihm den Herder schaukeln. Das Einhorn hat er schon die ganze Zeit gelesen. Vielleicht will er das auch nicht mehr hören. So. Rico bleibt da. Nicht ins Bett gehen. Jawohl. So ist gut. Du kannst dann ganz, ganz gleich ausschlafen. Denn morgen ist Samstag. Und da brauchen wir nicht aufstehen. Die Stunde muss doch bald geschafft sein. Zählt es eigentlich Stückchen, Stückchen dran? Also immer wenn man liest, dass das dann weiter zählt? Ich weiß es nicht. Jetzt hört er schon wieder auf. Stopp. Wir machen es jetzt noch einmal. Und wenn es dann nicht geht, jetzt musst du das Einhorn noch mal dir anhören. Rico, hilft alles nichts. Also wenn er es dann nicht geschafft hat, mit denen lesen, dann lassen wir das bleiben. Für heute, natürlich nur für heute. Das muss doch jetzt gleich klappen jetzt. Der ist schon so selbstsicher und... Ja, Meilenstein erreicht. Wir haben es geschafft. Super. Und an dieser Stelle stoppen wir ja. Er will gleich aufhören mit lesen. Aber wir haben unseren Meilenstein geschafft. Das ist super. Wir brauchen jetzt Mentalfähigkeit 5 erreichen. Da kann er Schach spielen und so weiter. Und zweimal Hausaufgaben machen, wenn er konzentriert ist. Ich denke, das kriegen wir hin. Das ist super. Also haben wir unseren Rico ein Stückchen weitergebracht. Ihr wisst jetzt auch, in welche Richtung das gehen soll. Er wird auch studieren. Ja, und alles andere, da lasst er euch besser überraschen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und sage Tschüss bis zum nächsten Freitag. Ciao.